Erstens versuche ich die Leute mit dem Wächeln anzusprechen. Da ist man schon mal von vornherein, ist gleich auf Kontra. Oft ist es dann auch so, dass man sich nach den Tagen, wo man wirklich nach der Helfung kommt, einfach wieder erfreuen kann. Dafür machten sie auch. Achtung Kontrolle, wir kümmern uns drum. Heute um 18.45 Uhr bei Kabel 1. Passen Sie gut auf sich auf. Bei Kabel 1 sind die Profis am Werk. Jetzt kommt die Polizei hier, okay? Also wenn Sie und das Quelle nichts überwunden sind, dann. Jack, die Quelle, die Quelle. Wenn wir die Quelle finden, kommen wir vielleicht unter 10 heran. Okay, Benny, who ist es im Gefängnis? Diese Schläger sind nur Handlanger, also wer steht Ihnen nahe genug, um gefährlich zu sein? Der Handlanger. Mr. Sam, danke, dass Sie gekommen sind. Wir kommen natürlich wieder zusammen, bitte. Nehmen Sie das. Oder in welcher Form arbeite ich mit Ihnen zusammen? Wir beschäftigen uns immer noch mit dem Tod von Mr. Mondes. Diego Mondes, ich war ein Geschäftspartner meines Klienten. So gern nicht, ne? Ja, dann bin ich noch mit meinem Schweigen. Vergleichen Sie es mit Delias auf der Erde. Sind wir damit weitergekommen? Das hat eine Weile gedauert, aber es gaben Sie nicht. Fürs Unterfass, dass die Brückwassende geworfen ist. Wie lange arbeiten Sie?